Und da sind wir wieder, zurück zu Borderlands. Wir suchen den Schatz, wissen nicht wo er ist. Was machen wir dann nochmal ab? Ich töte alle, weil die nervt mir sonst sowieso. Passt. So. Ich habe mir jetzt schon ein bisschen was angeschaut. Ich weiß jetzt nur noch nicht, wie ich das jetzt mache. Entweder suchen wir das jetzt live ab oder ich mache immer einen Cut rein. Das entscheidet sich dann auch, wie schnell ich... Den kritischen Kill richtig zu setzen ist Kunst. Und ich bin Rembrandt. So, ich glaube da war sowieso der erste. Komm mal die nach. Sehr gut. Ja, genau da. Den haben wir jetzt schon. Jetzt hoffen wir weiter. Wirklich, ich weiß nicht, ob ich mal alle gemerkt habe, dass ich es eben so... Wirklich, ich weiß nicht, ob ich im Leben lege. Sie kann gruselig aussehen, wenn ich sie benutze. Okay, aber die Quest wollte ich ja nicht machen, aber haben wir trotzdem eine Quest nebenbei gemacht. Das lobe ich mir. Da muss ich leider wieder zurück. Da muss ich wieder zurück. Leider. Blink, plunk, 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 plunk. Aha, was bin ich da auslassen? Ja. Explodiere. Okay, aber ich kann nicht mit dem Computer auf mich zu. Oh, das ist ein Bock mehr zu. Ja. Ich bin unsichtbar. Phantom inmitten der Schlacht. Bald schlage ich zu. Ah, warte, kann ich die jetzt ausprobieren? Ja, die ist sehr, sehr gut, muss ich sagen. Da haben wir wohl auch schon den nächsten Schlacht getötet. Hast du schon aktiviert? Na, warte? Den hole ich jetzt hier. Ich glaube, es bringt tatsächlich die Waffe da mehr. da 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 Das ist schon ein bisschen viel. Ich bin dann mal weg. Ja genau. Da ist schon gleich der nächste. Das ist jetzt sehr unpraktisch, aber das ist nicht so wild. Nein, weil das immer wieder... Wir werden das Leben aussaugen und dafür uns die Sachen nehmen wie so ein Arschloch. Kommt her, kommt her. Bevor wir uns dauernd immer Stress machen, machen wir sie einfach einmal tot. Lass mich das jetzt ja nicht verwecken. Lass mich das jetzt nicht verwecken. Ich bin jetzt weiter. Ich begegne das am besten an. Ich verschwinde. Lass mich das nicht verwecken. Ich bin ein Fehler. Munition benötigt. Ich bin dann mal weg. Ich bin dann nicht verwecken. Ich bin dann. Ich will. Jetzt habe ich wirklich schon Panik gekriegt, ich glaube das geht sich nicht mehr aus. Und dann lasst uns so einen Dreck da liegen und mit dir jetzt da, weil das darf unbedingt noch einmal dabei sein. Ich habe jetzt auch eine andere Waffe mit, also eine Schropflinte habe ich mit. So ein schweres Maschinengewehr habe ich mit. Wo sind wir denn? Ich muss noch ein bisschen weiter da rauf. Okay. 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 Essentially no stun. So, es ist jetzt aus, es ist jetzt endlich aus, ja, so, irgendwo da muss das eine dumme Schalte sein und da ist er schon! Ah, das war die ganze Zeit. Jetzt fass ich sie richtig umliegen lassen und wie ein Penner. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich glaube auf die andere Seite rüber. Da komme ich eh von da hoffentlich hin. Wir werden sehen. Ich nehme die Pistole, weil die ist durch das Slaggen extrem stark gerade. Freut euch meinen Waffen. Nicht mit mir. Eindruckend. Was muss ich denn für Eridium kriegen? Wie höchst erbaulich. Wieder schnappt die Falle zu. Dein Tod steht bevor. Ich bin bereit. Das ist vorbei. Ich hasse diese Teile. Ich hasse sie. Ich bin fein, wenn ich richtig bin. Ohja. Wenn ich ehrlich bin auf dich, habe ich überhaupt keinen Bock. Ich bin ruhig. Ich will nur dich töten, damit ich dein Leben kann. Da ist der nächste. Da ist der nächste. Was ist jetzt? Warum ist das so schnell weggegangen? Na ja. Das ist aber... Das ist aber nicht fair. Die Hyperion Corporation respektiert jegliche Lebensform. Solange sie kriegt... ...sichtwürdig ist. So, jetzt mache ich die nicht mehr. Interessieren sie mich nicht mehr. Aber der noch. Der interessiert mich schon noch. Mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. So. Kleines Arschloch, du. Ah, das ist zu weit. Das ist zu weit. Ich muss da rein. Da glaube ich. Sie sehen, wenn die Krise warst du besser? Nein. Das ist die Krise. Aber die Pistole. Eine Fehlentscheidung von mir. Hier. Sie haben einen hangen Kiste. So, da haben wir den Schatten vom Bagger. Ich will aber auf jeden Fall noch... So, da haben wir den Schatten. 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 So, da haben wir den Schatten.